Hallo zusammen, mein Name ist Manu von der Rock'n'Roll Band Rebel Squad und ich wollte nur kurz sagen, dass wir das Lackhuts zu 100% unterstützen. Das Lackhuts gibt etwas in der Kulturlandschaft Langetal, das sonst eigentlich nicht besteht und in Zukunft auch weiterhin junge Bands oder Bands, die vielleicht nicht so ins Konzept von anderen Orten passen, dort eine Auftrittsmöglichkeit bekommen. Wir hatten zwei Konzerte, die sehr geil sind. Wir hoffen, wieder einmal sicher dort auf der Bühne zu stehen. Darum lautest gut, Rebel Squad hinter dir, Lackhuts, Rebel Love.